Dass du aus irgendeinem blöden Technobumsladen hier so einen Lutscher anschleppst. Was denn für einen Lutscher? Ich glaube, bei dir knallt es ein bisschen in meinen Kopf. Was ist denn los mit dir? Ja, weißt du was? Ich brech die Ausbildung ab. Was brichst du? Und dann ziehe ich hier aus. Du bist nämlich ein richtiger Psycho-Eberon. Du, ich klatsch die weg, ja? Das ist nicht lustig. Aus meiner Tochter soll was Vernünftiges werden. Mit was in der Birne, nicht im Bauch. Ist das klar angekommen oder muss ich dir das ins Gesicht notieren? Aber du bist nicht mal mein Vater. Was ist denn los mit dir? Ich kriege doch richtig Angst vor dir. Ich dachte, du hättest mich lieb. Ich hau hier ab. Wenn ich aber einmal anderer Meinung war, so verheimlichte ich ihm das. Denn es wäre ihm nicht recht gewesen. Ja, und dann kam ich zu dir ins Haus. Dann ging ich aus den Händen meines Vaters in die Deinen über. Du richtetest alles nach deinem Geschmack ein. Und so bekam ich denselben Geschmack wie du. Oder ich bilde es mir nur ein. Ich weiß es nicht mehr. Aber mir ist jetzt klar, dass ich hier wie eine Bettlerin gelebt habe. nur von der Hand in den Mund. Ich liebte davon, dass ich dir ein Kunststücke vormachtte. Das ist unsere Ehre gewesen, Torvald. Das ist unsere Ehre gewesen. Vitehslob. Pull up. Windshear. 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 Ich bringe auch noch mein Date mit. Die Leute scheinen sich prächtig zu haben, die Serien. Wir haben eine tolle Beerdigung gelegelt. Vielleicht lass ich meine auch hier ausrichten. Leute, die sich in unserem Badezimmer umgehen, bevor zu deiner Schwester... Ach, das ist aber schon krass.